weiter geht's mit einer weiteren folge und hoffentlich mehr spaß wie letztes mal mal gucken was der bulle diesmal macht ob der wieder komplett rumpackt oder nicht irgendwie habe ich immer ein bisschen schiss beim laden dann immer im fenster keine rücken meldungen erscheint so was anderes aus nämlich ob man das tor herunterlassen kann das ist ja schon mal zur kontrolle nicht gut aus naja man kann auch nicht alles haben da könnte ich jetzt nächtigen mache ich aber nicht und das haben wir hier falsch rechts falsch rechts links falsch rechts links links rechts da habe ich richtig viele die drehe grad verblasen verlass dass ich eigentlich aber wer hätte es gedacht hier war als die kombination links rechts rechts links quasi gespiegelt die zwei trugen clever wo geht es denn hier hin wenn ich hier runtergehe jetzt hier auf den in das gebäude das kaputt ist ja das sieht so aus ja da geht es uns kaputte gebäude die kamera macht ein echt wahnsinnig kann man noch mal hoch mal gucken was man da oben so sehen kann und so schön die aussicht man weiß nicht so ganz genau ob grafik back oder gewollt hier hinten zum beispiel moment entschuldigung das darf ja nicht professionell nicht da hinten das rote ist das ein grafik back soll das so sein die leiter konnte man nur hochgehen und nicht runter ist okay das bisschen falsch schaden haben wir überlebt links rechts links 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 warum mache ich die dinge eigentlich auf muss eigentlich aufpassen was sagt denn die anzahl an die treten die ich noch hab na habe ich gar keine mehr also eher ungeschickt 74 naja geht ja noch und kann ich noch zu den ein oder anderen verblasen rechts links 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 rechts aber ich glaube nicht weiter einerseits will ich eigentlich nicht alle aufmachen weil er nur scheiß drin ist aber andererseits kann ja mal was gutes drin sein rechts links rechts rechts nach Wagen wir uns in die Tiefe. Da wären wir eigentlich hergekommen. Hätte ich den Schlüssel gehabt für die untere Türe. Aber den hatte ich natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn man oben Bullet quasi verhaut, dass man dann den Schlüssel hierfür hier unten kriegt. Den haben sie nicht mehr hochgefunden. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt jemand gefangen ist. Ein Spitzenfenster. Hier sind auch ein riesen Folterraum, Gefängnis, bla, haben wir irgendwie. Keine Sau da. Die ganzen Türen sind hier zu. Ich mache hier einen nach dem anderen Dietrich kaputt, weil ich versuche, die Türen aufzumachen. Die könnte man jetzt bestimmt aufbrechen, aber nee, lassen wir mal. Nicht so viel. Wo wäre ich denn dann da rausgekommen? Als wenn wir es nicht verwirrt. Oh, da ist ein Hebel. Da sind alle Türen offen. Es ist nichts passiert. Mann, Mann, Mann. Da ist auch nichts passiert. Also ich kann nicht mehr springen. Gucken wir mal auf den nächsten Encounter mit Bullet. Oh, jetzt fand er jetzt... Oh. Jetzt wollte er aber hier gleich pisst. Ich glaube aber, ich mache es oben noch vor uns die Frucht bringen. Hat er mit dabei. Na, was hat er sonst noch so? Apfel, Haarmbrust, nex. Es ist doch oben die Räume vor uns im äußeren Ring und dann danach in den inneren Ring noch. Ich muss aufpassen, weil Kaffee nicht kalt wird, ne? Ach, nur ein bisschen kalt. Ich erforsche hier gerade quasi das alte Lagerruinenburg. Keine Ahnung. Es sind auch wieder jede Menge Truhen wahrscheinlich mit keinerlei Inhalt beziehungsweise Rechts, links, rechts, links war hier. Ähm, ja, keine Ahnung. Die mache ich nicht alle leer. Das ist mir zu blöd. Was haben wir hier noch? Noch mehr. Noch mehr Quartiere. Von oben konnte ich jetzt nicht mehr weiter rein, oder? Doch, nö. Ähm. Mit den ganzen Türen bin ich langsam selber verwirrt. Nein, er ist unsterblich. Ist nicht sein Ernst. Glück gehabt. Wenn er mir jetzt natürlich nachher rennt, dann habe ich schlechte Karten. Oh, macht er zum Glück nicht. So, dann looten wir hier mal den einen oder anderen. Ring der Unbesiegbarkeit. Der sieht auch gut aus. Gute. Was war der noch so? Runder Unbezwingbarkeit. Aber ich glaube der Unbesiegbarkeit ist besser. So. Gucken wir mal, was wir da gerade drin haben. Dann machen wir den Erzhautring weg. Wir machen den hier rein. Amulett der Kraft. Baue ich das noch? Der Lebenskraft. war nicht so prall. Hätte ich auch den Geschicklichkeitsbonus drin reinmachen können. Ich weiß nicht, ob man hier auch was lernt, Lernpunkte kriegt, wenn man hier Bücher liest. Scheinbar nicht. Haben sie erst im zweiten Teil dann eingefügt, dass man, wenn man Bücher liest, Erfangspunkte kriegt. Bekommt. Bekommt. Whatever. Irgendwie habe ich noch dunkel in Erinnerung, dass man hier irgendwo einen Geheimgang aufmachen kann. Meine Heizung empfängt gerade daran auszurasten. Bloß wie konnte man den Geheimgang öffnen? Links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts. Wow! Da ist er, gezeigt. Geheimnis der Zauberer. Die Kombination habe ich jetzt schon vergessen. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, fuck! Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Macht. Die wissen halt, wie man richtige Schlösser zusammenbastelt. Fuck! Rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, okay. Machtvolle Kunst. Elementar, all can I. Whatever. Interessant. Ich habe jetzt, ich trage eine ganze Bibliothek mit mir rum. Ich kann bloß nie lesen. Was geht denn da so? Okay. So, aber jetzt, irgendwie, konnte man hier an einem Hebel ziehen oder so, und dann gab es hier noch einen Geheimgang. Vermute ich. habe ich so eine Erinnerung, aber vielleicht auch nicht. Und irgendwann waren das nicht mehr wie drei Feuermagier? Eigentlich kann man so sagen, dass wenn es eine Fackel oder sowas in Greifhöhe gibt, dass man dann dran ziehen kann. Aber, ich finde jetzt hier irgendwie nichts. Oder war die draußen? das war ich jetzt mal. Weil hier rennen ja wieder ein paar Unverwundbarer rum. Naja, nicht. Schnell hier dran vorbei. Mann, er ist vergessen. Vielleicht war es auch im zweiten Teil. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich hoffe mal, die Unverwundbaren mich jetzt nicht noch größer irgendwie behindern werden. Jetzt hier. Ah, da sind noch die restlichen Feuermagier. Ja, dann noch mehr Bücher dabei. Wer soll das alles lesen? Aber wenigstens eine Haufen Tränke und Spruchrollen und Zeug. Das gefällt mir. Ja, Wo wäre ich denn rausgekommen? Hätte ich unten Mann, ich vergesse einfach alles. Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wenn ich unten reingegangen wäre, wo wäre ich? Ich möchte noch da in die Türe, aber da ist dieser Unverwundbare. Wie kann ich denn ihn da rauslocken? Oh, wo ist er? Ist er weg? Er ist weg. Rechts, äh, links, rechts, nein, links, rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, falsch, links, rechts, links, rechts, war eine Schweregeburt. Es ist der Stärke, dafür kriegt man drei dauerhafte Stärkepunkte dazu. links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, muss mich jetzt gerade mental vorbereiten jetzt gleich auf komm ist los zu gehen lecker kalter kaffee soll aufhören kalten kaffee trinken zu wollen trinken lieber wasser gehen wir einfach mal sterben einfach mal hier ein johlon da oben steht auch einer Das habe ich nicht so gut gemacht und war ich ein bisschen überfordert. Okay, wir müssen uns da jetzt noch einen anderen Plan zurechtlegen, aber das sehen wir gleich, ich habe eine Idee. Das sehen wir jetzt gleich.